Der Samische Krieg wurde 441 zu 439 v. chr. am Ende der Pentekon Teti zwischen Athen und Samos geführt und fand somit einige Jahre vor Beginn des Peloponesischen Kriegs im Jahr 431 v. chr. statt. Er ist ein Musterbeispiel für die gewaltsame Durchsetzung der Hegemonialstellung Athens innerhalb des Attischen Seebunds, aber auch für den Widerstand und den Freiheitsdrang der Attischen Bundesgenossen. Historische Bedeutung Der Samische Krieg zeigt mit aller Deutlichkeit den historischen Prozess, in dessen Verlauf die ehemaligen Mitkämpfer in den Perserkriegen immer mehr zu untertanen Athens wurden. Athen schränkte die Autonomie der Bundesgenossen ein, besonders wenn die Poleis zu mächtig wurden. Die Unzufriedenheit der Bundesgenossen und Spartas Opposition führten zum Peloponesischen Krieg der mit einem ähnlichen Konflikt wie in Samos, nämlich mit Korinth um die Inseln Kerküre und Epidamnos anfing. Musterhaft wirft mit diesem Krieg die große Auseinandersetzung zwischen Athen und Sparta im Peloponesischen Krieg ihren Schatten voraus, mit dessen Ende Athen seine Hegemonialstellung verlor. Hintergründe Musterhaft wirft mit dem Epicodium … die